Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Flora Sky. Wir chillen hier immer noch in dieser kleinen verkackten kleinen Stadt. Großstadt meine ich natürlich. Ich habe mich mal hier ein bisschen in der Stadt umgesehen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Die Stadt besteht fast nur aus Hochhäusern. Ich war noch in Peinem drin. Da sind halt, ich denke mal, wie Hochhäuser ausgestattet. Puglia City ist die schöne Stadt hier. Was ist das? Achso, das Hotel. Es gibt sogar ein Hotel. Ja, okay, wir nochmal. Ist das Gott? Hey, das ist Gott. So, dann kann ich nichts machen. So, ein bisschen Back. Leck. Leck. Nei. Auch, okay, mitten in Hochhäusern ein kleines, ein kleines Häuschen. Leul, das ist doch der Arenaleiter. Watson, oh, Murph. Long time no see. Aha, have you met Apple, my old friend. I wonder where he went to. Kennen wir auch was? Marga, 24, 24. Nicht sein fucking ernst. Äh, hm. Ah, ich weiß was euch annehmen. Leute begrüßen wir herzlich den Babo. Den Leonidas. Den... Was, ich bin in der Aufnahme? Wie jetzt? Ja, Leute. Wus ich auch nichts von. Ja, fick dich. Wieso soll ich mich denn jetzt ficken? Ja, keine Ahnung. Du, 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 diese unfassenden Momente. Diese kannst du richtig gut ausnutzen. Ach, egal. Danke. Na, danke. Hier, jetzt kommt ihr mit. Leute, hier ist so eine riesige Spielhalle. Boah, ich hasse diesen Pokémon-Wettbewerb auf diesen Pokémon-Spielen. So richtig scheiße. Ja, wo sollten die denn sonst sein? Guck mal, schon wieder was dazugelernt. Wenn der Baba einmal was sagt. Ja, ja. Ähm. Ich kann auch was wollen. Hier wegen was. Kann es gehen. Ich kann nicht hin kommen. Jetzt. So, ich kann auch nichts für. Oh, okay. Tronging Rick. Oh, das ist natürlich nicht. Ich kann mich wieder gefickt hier. Oh, Hypertrank. Warum hat denn so eine Scheiß? Züchterin Hypertrank weiß ich. Okay. Ähm. Was ist ein Whoopper? Was ist los? Was ist ein Whoopper? Ein Whoopper. Achhen Villino. Ich kann nicht das sehen. Zwar los. Leute. K Herr. These to die Züchter. Dann kann ich hier schwimmen. Nee, das ist noch Hansmann. Ehe. und damit sind die Kündnosch. das war ein Scheiß-Kadabra Kurt Schrennerin Christian war richtig gammelig cancel dieses Prozent aus der vierten Generation glaube ich so ein riesiger Hund wenn nicht scheiße dann ist ein Gautland ich finde dieses Ding richtig scheppig wüsste ich jetzt nicht so jawohl hallo Marvin du weißt du Leute der Bama der Bama jetzt raus ja oh mein Gott Primeape pass auf ah das war doch Zeiten das ist jetzt schon ich glaube diese ganze Woche so dass ich kein Mond weiß hochladen oder sonstiges ist das Geld von mir ich vermisse es euch zu unterhalten I love to Prozent zu enttäuschen ich bin du bist doch gay ich will endlich Geld für Werbung bekommen und so Leute ja du bist hier wegen noch vor das hier wir wollen Kohle sehen ich bin wie eine Fame-Bitch bin ich ja ja ich nehme mir schon nur auf die ganze Kohle ab ja ich bin hier mal im Donut ey wieso kann ich denn nicht jetzt capen das ist aber schade das tut mir jetzt leid das finde ich jetzt nicht so gut ich bin wieso kannst du denn nicht es capen ich weiß es doch nicht hat ja nicht getan die Olle Huber Kacka er war tot er freut sich dass jemand stirbt ja ganz so richtig ja mach ich jetzt sollen sie doch verrecken die Leute den Lust drauf wow oh nein Kano kacka kacka er macht die ganze Zeit roher soo soo they give me rooher was hauda da ach so hier Katy Perry die no lol hier ist ein angler you spoke to me so you want to challenge me sure I'll try out the Pokemon I caught while surfing ok hm kapador ok was was das die das das die der die natürlich die in Barsch war ich hab auch mal versucht so ein Barsch war aufs Marag zu fangen ich hab ein Barsch war wohl meinen Mondweiß gehabt hast du auch beißt Marag mal eins gehabt? ich hab nie eins gefunden beim ersten Mal Lava? ja Alter ich hab's gar nicht zurückgegangen echt ich wollte mir nur eins fangen ne und den kennst du mehr gefunden oder was? ne ja und damals dann dachte ich aber auch das wäre nicht so selten ja ja bei Angeln hatte ich noch nie Glück irgendwie also ich bin Beste bin ich ich bin Beste mh mh Alter Tranquil scraggy wie die englischen Namen von den Buchungen so geil das ist wieder ein super getanter Linie hat die echt so gut getan? ja man richtig gut die erkennst du gar nicht jetzt wo ich in deinem Display bin guck ich mir das vielleicht auch mal an mh komm schon mal los könnt ihr alle in die Kommentare schreiben wie ich scheiße ihr mal mitfindet ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin auch so 9 wenn es die Akfresse das ist ja du bist eine Akfresse so hat das hier akkfresse Gerard aus Jolo, dass du geangefickt bist Wir machen das jetzt Oder du machst das hier ja Ey guck mir zu Serfer Ha Ha Smogmog kann Donner Ja und Da fällst du nicht Nein Das ist aber sehr Scheiße von dir Story zum Mainz Andere diskriminieren zu müssen Kommt der hier wieder an Kommt der hier wieder angeschissen Mit Moral irgendwas Moralprediger Aha, da seht ihr es alle Kleine Nazis züchtet er In seinem Keller Ja Mel Gibson und ich haben schon durchschaut Marvin Wer ist Mel? Mel Gibson Achso, Mel Gibson Er kennt nicht den Gott höchstpersönlich Stimmt Gut Loll, eine Arena wieder Oh Loll, eine Arena wieder Hatten lang nicht mehr eine Arena Ne Leute Hatten lang nicht mehr eine Arena Leute Halt doch mal die Fresse Halt doch mal die Fresse Ha Ha Swagger Jake Swagger Fuck I got the move, like Jak Move, like Jak New wo, like Jak Okay, okay Move like Jagger, Jagger move Move like Jagger Das ist ja eine Vergewaltigung für die Ohren I gotta move like Jagger Ich schwöre, würdest du bei DSS mich machen, ich würde dich wählen Danke Move like Jagger, I gotta move Move like Jagger Würdest du was mit dem Wickel kommen? Move Move like Jagger Jagger Move like Jagger, I gotta move Move like Jagger Pixel schnell das Video Halt doch Halt du doch mal die Frisse Kannst du mal hier, ich möchte move like Jagger weiter sehen I gotta move Move like Jagger I Ich weiß nicht wie es weiter geht Move like Jagger M consomm gloves, pain Das wäre mein Herz Das ist Halt Ärger die Erfahrung ens AOBI Ich ist wieder 化山 Ja? Nein! Aalte? Move like Jago. I got to move. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Wo ist die? Wo ist die? Ich werde dich besser als Jakson. Als Jb. Ich bin ein Baby, ich bin ein Baby. M-m-m-m, Move like Jago. Stimmbruch! Wenn ich mein Freund war, ich war nicht so gut. Ich kann nicht sehen. Move like Jago. Move like Jago. Move like Jago. Jago, 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 Jago. Ich beginne mit dem C rest. Move like Jago. Ich muss auf Jago, ich muss auf Jago, Alter, was ist denn ein Pelipper für ein Scheiß Ding? Ich muss auf Jago, ich muss auf Jago, ich muss auf Jago, ich muss auf Jago... Jager Move of Jager 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 Move of Jager So niedrig ist es an die Wurschen Move of Jager Mein Gott, mach doch nicht immer Swagger Jager Jetzt werden beide von mir geswaggt worden Gejaggert? Gemoved of Jager Voll geswaggert wurden die Du, Move Move of Jager Jager Ich muss Move Jager Move of Jager Oh Gott Don't make me like that New Jager Geiet ein Punkt jeden hohen Fertig die und Probegruppe er hat mich alle jeder jedes Einzelne die Kuhl-Unden und Kuhl-Unden 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 9 sieben die Bündel sind und für uns voll peinlich okay um auf die Hälfte I got to move. Also Leute. Move of Jagger. Jagger, Jagger, Jagger. Jagger, Jagger. Move. Move of Jagger. Move of Jagger. Move of Jagger. Runter von der Bühne. Move of Jagger. Wenn ich das hier hin reinziehen konnte, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich möchte echt den loben, der sich das bis jetzt noch angeguckt hat. Falls du überhaupt jemanden guckst. Move of Jagger? Nee, dich, du Ruhe. Move of Jagger. Move. Move of Jagger. Das war der Marvin. Jagger, Jagger, Jagger. Und der Leonhard von WixTV. Wir wünschen eine gute Nacht. Und haut rein.